Die Genexpression besteht aus Transkription und Translation. Im kurzen Transkription ist, dass die mRNA als Kopie einer DNA erstellt wird und das geschieht im Zellkern, wobei die DNA den Bauplan für ein Eiweiß enthält und jetzt auch die mRNA. Dann die Translation, also mRNA wird in die Aminosäurensequenz übersetzt, also sie wird sozusagen abgelesen und die Reihenfolge der Aminosäuren wird dann eben sammengestellt und daraus bildet sich dann ein Protein. Dieser folgt in den Ribosomen. Sollte derailm� Musique